Herzlich Willkommen zu Keep Talking and Nobody Explodes mit der Greg, der Greg und Valdi1984. Genau. Und wir spielen wieder das lustige Bombenspiel. Ja. Und ich hoffe alles, liebe Leute. Ich hoffe, dass wir richtig geile Bomben kriegen, aber bitte keine Morsecoats mehr. Hab ich keinen Bock mehr drauf. Macht mich fertig. Also, entweder ich bin da zu doof für. Wenn ihr das, wenn ihr das übrigens verstanden habt, dann sagt mir doch mal bitte, wie das geht. Also, vielleicht bin ich da wirklich nur zu blöd für. Okay, dann wollen wir nicht lang schnacken, die Bombe in Nacken. Oder war das nicht so? Hatten wir das letztes Mal nicht auch gesagt? Ja. Oder ich? Ja, du hattest es schon mal erwähnt. Okay. Ja, Valdi. Nächste Bombe, bitte. Das ist jetzt, wir haben, das ist die vierte Folge, ne? Müsste die vierte Folge sein, ja. Vierte Folge und wir sind noch nicht wirklich weit. Bombe 3.2. Hatten wir die nicht schon immer? Nein. 3.1 hatten wir, glaube ich. Something different hatten wir nicht, aber a hidden message. Stimmt, das waren die letzten, also 3.2. Oh, und ich ahne Böses. Es waren fünf Minuten, drei Module, Dry Strikes. Ja. Wollen wir starten. In der Zeit gucken wir uns wieder diesen wunderschönen Ladebildschirm an. Der ist wirklich schön. Also, du siehst den ja nicht, ne? Das ist auch ein bisschen blöd, aber ja. So, ich muss mich mal hier wieder präparieren. Okay. Five Minutes. Okay. Okay. So, mein Freund. Was hast du? Oh, wir haben Kabel und die hängen jetzt sogar vertikal. Okay, andere Kabel. Äh, horizontal, Entschuldigung. Ja, 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 ja. Ich hab sie verstanden. Oh, das ist die komplizierte Verkabelung, ja. Okay, die erste. Rot. Die erste ist rot? Ja. Ist da ein leuchtendes Symbol und ein Stern da drunter? Ein Stern, aber kein leuchtendes Symbol. Okay. Äh. 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 Ja. Das Modul befinden sich viel... Sprich mit mir, sprich mit mir. Nein. Okay. Ähm. Ja, das muss ich verstehen. So. LED. Und ein Platz für ein... Also, äh, kein gestreiftes Kabel, ne? Einfach nur rot. Nein, das erste nicht. Das erste ist was? Rot. Nur einfach rot, ja. Kein gestreiftes, ja. Ähm. Ich verstehe das nicht. Eine Minute und 20 schon rum. Kabel hat rote... Okay. Okay. Äh. Hat nur eine LED an, oder? Was? Hat eine LED an, oder? Was hat das? Nein, das hat nur einen Stern. Nur einen Stern? Einen Stern. Okay. Dann ist das... S. Kappen Sie das Kabel, wenn die letzte Ziffer der Seriennummer gerade ist. Die Seriennummer ist überhaupt nicht vorhanden, leider. Die letzte ist gerade, ja. Ja, der Cut. Das erste? Ja. Nächste. Kabel. Okay. Rot-Weiß gestreift. Also... Oben blinkt eine Lampe, unten ist kein Stern. Oben blinkt eine Lampe, unten ist kein Stern? Nein. Dann ist es wieder S, das gleiche, also Cutten. Okay. Das nächste ist Weiß. Kein Lampe, kein Stern. Weiß. Äh... Cut. Okay, das nächste ist Rot. Keine Lampe, kein Stern. Schnell, 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 jetzt. Rot. Ich gucke mal auf die Uhr. Zwei Minuten nur noch. D, D, D. Nicht. Okay, das nächste ist Rot. Nichts an. Kein Stern, keine Lampe. Und dann haben wir noch Blau-Weiß, äh, Lampe an. Blau-Weiß. Ja. Ähm, und Lampe an. Ja. Schnell. Äh, nicht kann. Okay. Aber dann müsste es doch grün leuchten. Okay, dann ist es das nicht. Äh, dann nochmal die anderen beiden davor. Rot-Rot. Nichts an, kein Stern. Ich cutte einfach mal das Blau-Weiße. Weil die beiden Roten können es ja nicht sein. Nein, 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 nein. Da habe ich mich verlesen. Ach so, äh, nee. Okay, also wir sind gleich tot. Eine Minute 19. Und wir haben noch das erste Quest von drei. Äh, 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 rote. Das ist Rot. Und nichts an, ne? Nein. Äh. Gute Frage. Äh, okay. Ich habe sie beide gecuttet. Ich hatte jetzt keinen Bock mehr auf dich zu warten. Eine Minute noch. So, jetzt haben wir die ganzen normalen Kabel. Rot, schwarz, rot, blau, weiß, blau. Also, sechs Kabel. Sechs Kabel. Mhm. Äh, kein gelbes. Nein, kein gelbes. Und die letzte Ziffer, der Serialnummer ist ungerade. Nein, ist gerade. Acht. Äh, äh, kein rotes? Doch, zwei. Das vierte. Okay, haben wir. So, und dann kommt diese... Ja, wir können es nicht mehr schaffen. Vier oben. Und vier Staben unten drunter. Äh, vier Zahlen drunter. Und jetzt fängt der scheiß Wecker hier auch noch an, ey. Das fehlt mir natürlich noch jeden letzten... Okay, vier sagst du, ne? Vier. Äh, vierste Position. Ja, es sind zwei. Schnell, weiter. Also, wir müssen jetzt echt schnell. Ja, ja, zwei. Äh, ja, das dauert zu lange bis oben die nächste. Eins. Äh, selbe Position. Ne, äh, vier. Nein, verkehrt. Aha, scheiße. Okay, so, war verkehrt. Nochmal von vorne. Nein, wir können aufhören. Nein, mach weiter. Nein, wir müssen uns keine Mühe mehr geben. 13 Sekunden, es ist nicht möglich. Ich setz mal jetzt auf den Dinger hier, bevor ich gleich wieder hier einen halben Herzinfarkt kriege. Da brauchen wir einfach nicht weitermachen. Das ist der Tod. Das dauert ja schon knapp zwölf Sekunden, bis die nächste Zahl lädt. Also, dementsprechend brauchen wir das nicht zu machen. Das stimmt ja gar nicht. Also, wir sind explodiert und hatten 0,0. Also, weil die war etwas schlecht in den ersten Dingern. Doch, das kann man, man muss auch mal Kritik vertragen. So, wir machen weiter. Wir retrain das Ganze. Okay, und wir fangen wieder an. Es wäre voll schön, wenn es hell wäre. Okay. Ah, das ist, das ist jetzt schwer. Ganz normale Kabel, vier Stück. Gelb, weiß, blau, blau. Vier Kabel. Ein gelbes, ein weißes, zwei blaue. Also, zwei blaue, ne? Ja. Mehr als ein gelbes? Ein gelbes, ein weißes, zwei blaue. Durchtrennt sich das zweite Kabel. Okay, fertig, so. Wir haben wieder das Windows-Zeichen. Du willst jetzt wahrscheinlich irgendwas wieder wissen, ob ein... Vokal oder nicht Vokal in der Serialnummer? Es ist ein Vokal drin. Okay, was blinkt? Rot. Blau. Okay, so, dann jetzt. Rot, rot, blau, blau. Blau, blau. So, jetzt ist rot, rot, blau. Okay, blau, blau, rot. Rot, rot, blau, grün. Jetzt musst du nur warten. Wieso? Weil es hier dunkel ist. Okay, jetzt. Blau, blau, rot. Und was war das letzte? Grün? Okay, ich warte. Was war das letzte? Rot, rot, blau, grün. Gelb, das letzte. Nein, du sollst mir ansagen. Blau, blau, rot, gelb. Mal, der scheiß Wecker geht schon wieder an hier. So, wir warten wieder. Und wir haben... Achso, wir sind durch. So, und dann haben wir so eine ganz komplizierte Schaltung mit Drähten. 1, 2, 3 und auf der anderen Seite steht A, B, C. Was? 1, 2, 3 und auf der anderen Seite steht A, B, C. Ah, okay. Und es geht was? Okay. Was hast du für Tabelfarben? Blau und Schwarz. Okay. Wo geht das erste Blaue hin? Es gibt nur ein Blaues. Von 2 auf B. Von 2 auf B. Moment, ich muss noch alles kurz drücken. Oh, ich hätte nicht drücken dürfen. Haha, ich habe jetzt ein X. Oh. Die 7 Minuten befinden sich... Aber... So, wir haben nicht mehr viel Zeit, glaube ich, übrigens. Nein, 2 Minuten. Ja, doch, 2 Minuten, 27. So, weil die sucht in der Zeit... Okay, was haben wir? Das erste Kabel. Es ist immer noch Blau und geht von 2 auf B. Nein, das erste ist von A auf 3 und ist Schwarz. Das erste Kabel geht von... A auf 3 und ist Schwarz. Ich weiß jetzt nicht, was das erste Kabel ist. Äh, Kappen. Äh, Kappen. Äh, äh, das... Von oben nach unten. Also auf der linken Seite von oben nach unten. Okay, habe ich gekappt. Okay, weiter. Das nächste? 2 auf B. Nicht Kabel. Blau. Okay, dann jetzt nach unten, ne? Nein, jetzt habe ich 2. Jetzt. Hä? Da hast du 3 Kabel. Wieso sagst du mir 3 Kabel? Ich habe nur 2 Kabel. 2 Kabel. Nicht 3. 2. Okay, weiter. Kann ich nicht sagen. Ich habe immer noch Blau zwischen 2 und B. Entweder muss ich es kappen oder ich muss nach oben gehen. Ach so. Ich muss nach unten gehen. Ja, ja, kappen. Also du hast doch gerade gesagt nicht Kabel. Nein, okay, kappen. So, nach oben oder nach unten? 52 Sekunden. Auch diese Bombe verlieren wir, ihr Lieben. Mit der Hochtaste. Ne, runter immer. Immer runter. Okay, weiter. Also, schwarz von 4 auf B. Kappen. Und von 6 auf. Nein, okay, das war verkehrt. Und somit haben wir die Bombe nicht entschärft, ihr Lieben. Wie ich es mir schon fast gedacht habe. Aber weil die muss einfach auch richtig lesen lernen. Ja, das ist kompliziert. Das ist sehr kompliziert. Ja, aber das Entschärfen auch, kann ich dir sagen. Das ist nicht ohne. So, dann versuchen wir das gleiche nochmal. Wieso weiß ich, dass das im absoluten Fiasque enden wird. Jetzt habe ich das verstanden, glaube ich. Dieses Modul, aber... So, 5 Minuten und die Zeit beginnt jetzt. Jetzt, wir haben wieder 6 Drähte. Blau, Rot, Weiß, Blau, Weiß, Blau. Nichts Schwarz, nichts Gelb. Also kein Gelb. Letzte Ziffer der Serie nochmal ist ungerade. Er möchte mich veräppeln. Er fragt jetzt wirklich, ob da Gelb drin ist. Die letzte ist ungerade. Dritte Kabel durchtrennen. Das dritte Kabel durchtrennen. 1, 2, 3. Nächste. Wir haben wieder dein absolutes Spezialgebiet. Was ist mein Spezialgebiet? Erzähl! Hahaha. Vertikal. Was vertikal? Vertikale Kabel. Rot. Moment. Kein Stern, kein Licht. Das war wohl nicht. Rot. Rot, kein Licht. Ah, lecker. Äh, hat was? Ja, Moment, ich kann nichts machen. Ich muss diesen Bescheid. Lecker wieder ausstellen, sonst kriege ich hier Tinnitus. So, Rot. Nichts leuchten, kein Stern. Ja. Äh, zwei, zwei oder mehr Batterien. Boah, das hat doch noch keine Sau gefragt. Eine Batterie. Eine Batterie. Nicht durchtrennen. Und dann haben wir Blau, Rot. Blau. Keine Lampe, ein Stern. Blau, Rot. Und die Lampe ist ein, sagst du? Nein, keine Lampe, kein Stern. Was, 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 was? Ich verstehe das nicht. Ähm. Jetzt geht's nicht. Durchtrennen. Ähm. Die letzte Ziffer der Serialnummer ist gerade? Kann ich dir nicht sagen. Ich meine, sie war ungerade, aber das Licht ist gerade aus. So, jetzt ist es wieder an. Die Seriennummer war doch eine 3, habe ich doch gerade schon mal gesagt. Ja, klar, eine 3. Nicht cutten. So, dann haben wir ein weißes. Mit einem Stern. Einen Stern. Äh, cut. So, dann haben wir Blau. Ein Stern, keine Lampe. Kein Stern, keine Lampe, äh, ein Stern, keine Lampe, Blau. Und wir haben... Äh, durchtrennen Sie das Kabel, wenn die Bombe einen parallelen Port besitzt. Ah, was ist das denn, bitte? Ein paralleler Port. Äh, Moment, ich schau mal eben. Ähm. Zwei Reihen mit, mit, äh, Steckerleisten. Etwas länglich, ja. Also länglich, dann sind so zwei Reihen. Hintereinander, auf einem Feld? Ne, hat er nicht. Ne? Dann... Cutten. Nein. Moment. Ich muss das noch hinfinden. Ja, komm, schnell, die Bombe ist gleich wieder hoch. Ich finde da noch nicht gerade hin. 1,46 noch. Und wir haben noch ein ganzes Feld. Nicht cutten. So, und dann haben wir noch Weiß-Rot. Nur das Licht leuchtet, äh, leuchtet, Stern und leuchtet. Licht leuchtet und Stern, Rot-Weiß. Licht und... Die Farben Österreichs. Äh, nicht cutten. Ihr merkt, das kann nicht sein, dann hätten wir hier schon grün. Aha, weiß ich es nicht. Ich versuche es einfach. Okay, das war verkehrt. Okay, ich habe es geschafft, so. Was? Und dann jetzt. Wir haben noch genau eine Minute Zeit. Ja, los. So, eine 4 steht drin. 4 zahlen. Ja, muss ich es mal hinfinden. Okay, 4. Knopf in der vierten Position. Ist eine 4. So, nächstes. Oben steht eine 2. Selbe Position wie Stufe 1. Okay, eine 2 war das jetzt. Ja. 4 und 2 hatten wir. Ja. Jetzt eine 3. Äh, dritte Position. Eine 4. So, jetzt steht eine 2 drin. Drücken Sie den Knopf in der ersten Position. Na 1. Na 1, ja. Letzte. Komm, letzte. Ja. Eine 4. Äh, drücken Sie den Knopf mit derselben Aufschrift wie in Stufe 3. Das war eine... 1, 3. Komm, schnell. 3. Nein, eine 1. Nein, wir fangen von vorne an. Ja. 4. 4. Vierte Position. Oh, wir fangen... Okay, es war's. Ja, sie ist jetzt auch explodiert. Also, das war wieder mal nichts. Das war der Satz mit X. Wir schaffen's nicht. Haben wir diese Folge eine Bombe entschärft? Das weiß ich gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Sollen wir noch eine machen? Oh, Leute, ist das aufregend. Ja, wir können noch eine machen, glaube ich. Komm, wir mal noch eine. Aber ich hab irgendwie auch jetzt so... Langsam verlässt mich heute auch die Lust an diesem Spiel. Nein, nein, nein. Das macht schon Spaß. Ja. Wenn man nur aus einem blöden Handbuch lesen muss. Ja, genau. So. Also. Okay, jetzt ist es Ende der DGS. So. Konzentrier dich jetzt. Kabel. Schwarz, Rot, Gelb, Rot, Gelb. Fang erst mal an, wie viele immer. Fünf. Es wird aggressiver, ihr merkt das. Äh, das letzte Kabel ist nicht schwarz, ne? Nein, das ist gelb. Äh, exakt ein rotes Kabel mehr als ein gelbes? Nein. Das schwarze Kabel gibt es, ne? Ja. Äh, das erste Kabel. Äh, das erste Kabel durchdrehen. Letzte Position. Ja, weiter. Eine vier. Drücken Sie den Knopf mit der Aufschrift vier. Erste Position. Ja. Die zwei. Drücken Sie den Knopf in der ersten Position. Wieder eine vier. Okay. So, und dann haben wir eine eins. Drücken Sie den Knopf mit derselben Aufschrift wie in Stufe eins. Das war eine vier. Nein, war es nicht. Wir fangen wieder von vorne an, meine Lieben. So, die erste Zahl ist eine vier. Vierte Position. Eine vier. Okay, eine vier. Dann eine drei. Erste Position. Ist eine drei. Ja. Dann die eins. Äh, drücken Sie den Knopf mit derselben Aufschrift wie in Stufe zwei. Das war eine drei. Erste Position. Vier. Selbe Position. Drücken Sie den Knopf in derselben Position wie Stufe zwei. Das war erste. Okay, so. Und jetzt haben wir noch die zwei. Derselben Aufschrift wie in Stufe zwei ist eine drei. Er hat sich das gemerkt und das ist richtig. Schön. Jetzt haben wir deine Lieblingsdinger. Die vertikalen. Dritte. Weiß. Ist der erste. Es leuchtet und es hat einen Stern. Cut. Das zweite ist eine weiße. Nur ein Stern. Abschuldigung. Nur ein Stern. Keine Karte. Einfach nur weiß? Ja. Cut. Dann haben wir weiß und blau. Nichts am Leuchten. Kein Stern. Ist die Serialnummer die letzte Position Ziffer der Serialnummer gerade? Ach du Scheiße. Hier wo ist die denn? Da. Meines. Ja ist gerade. Cut. Okay und dann muss das letzte automatisch auch gecuttet werden. Und wir haben es geschafft. Was war denn das letzte? Das war rot und weiß. Wie lieb ich dich. Das weiß ich nicht mehr, weil das Bild jetzt leider schon wieder weg ist. Ja ich will gucken, ob ich es wirklich verstanden habe. Ja das bezweifle ich manchmal noch. Aber wir haben es geschafft. Wir haben noch eine Minute und 25 Rest gehabt. Es war mir ein Vergnügen mit dir diese Bombe entschärft zu haben. Und es soll noch mal einer sagen, es wäre eine Folge gewesen, ohne dass wir eine dusselige Bombe entschärft hätten. Und wie passend jetzt zu dieser wunderschönen Musik, ich hoffe ihr hört die auch, weil die hört sie nicht. Im Moment gerade nicht, nein. Würden wir uns auch schon wieder von euch verabschieden? Ja ich brauche jetzt auch mal eine Pause. Wir brauchen jetzt eine Pause. Das brauchen wir wirklich. Wir sehen uns ganz bald wieder bei Keep Talking and Nobody Explodes. Schön. Ich vergesse den Namen immer, deswegen ist es schön, dass Baldi den dauerhaft hier drauf hat. Ja, die nächsten Folgen kommen hiervon auch ganz bestimmt. Ja. Ihr werdet alles andere auf unseren YouTube Kanälen und auf unseren Facebook Account sehen. Oder natürlich auf Twitter. Twitter, was ich selber allerdings nicht so wahnsinnig viel nutze. Aber auch da sind alle Neuigkeiten drin. Die ganzen Adressen dazu stehen in unserer Videobeschreibung. Oder aber auch auf der Kanalseite. Auf der Kanalseite. Ja, die nächsten Projekte von Baldi. Baldi, was sind so deine nächsten Projekte? Ganz kurz abreißen. Banish, spielst du weiter? Banish auf jeden Fall. Und Star Wars spielen wir auch noch gemeinsam weiter. Und dann mal schauen. Lasst euch überraschen. Genau, also ich werde auch so ein bisschen gucken hier, was ich noch weitermache. Ich denke, da gibt es so einiges. Könnt ihr euch auch freuen. Bei mir, Managed hat mich jetzt auch so ein bisschen gereizt. Ganz ehrlich. Da wird es sicherlich neue Folgen geben. Mad Games Tycoon wollte ich mal weitermachen. Und ja, das andere wird ein bisschen eine Überraschung sein. Alles klar, macht's gut. Wir haben genug gelabert. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.